Ich wurde im Februar dieses Jahr von Mietz & Sans Frontières eingeladen, ihre aktuellen Projekte im Osten der Ukraine zu dokumentieren. Im Krieg zwischen der ukrainischen Armee und den Separatisten in Ost-Ukraine sind unter anderem auch viele Gesundheitszentren durch Artillerie und Luftangriff zerstört worden, sodass die medizinische Versorgung für tausende Menschen zusammengebrochen ist. Mietz & Sans Frontières betreibt heute sogenannte Immobilikliniken. Das sind Teams, die in dieser Pufferzone in die Dörfer fahren, um dort die medizinische Versorgung der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Mit so einem Team bin ich jetzt hier unterwegs nach Granitnay, einem Dorf, das hat etwa 3000 Einwohner, und liegt in der Pufferzone direkt an dieser sogenannten Kontaktlinie. Während der Kämpfe 2014 hatte das Dorf 214 Tage lang keinen Strom. Wenn das Team eintrifft, treffen sie meistens schon viele Leute, die warten. Die meisten von ihnen sind ältere Personen, die nicht mehr weg können, die kein Geld mehr haben, sich irgendwo sonst niederzulassen und einfach müssen in dieser Zone, in dieser Gegend leben. In Granitnay arbeiten Mietz & Sans Frontières auch eng mit einer Ärztin aus der Region zusammen, der Frau Dr. Bagmut. Frau Bagmut ist eine ganz bescheidene Person, aber sie ist die einzige Ärztin gewesen, die während dem ganzen Konflikt in Granitnay weitergearbeitet hat. Sie lebt mit ihrer Familie in einem Nachbardorf und sie ist hier zum Krieg die ganze Zeit, sechs Tage in der Woche, mit ihrem alten Velo zu arbeiten. 20 Kilometer durch Checkpoints und quer durch all diese Bombardierungen. Eine weitere Basis von Mietz & Sans Frontières liegt im Dorf Kurachowé. Das ist etwa 30 Kilometer westlich von Donetsk. Wie ihr seht, ist ein Arsch kalt, ich habe so ziemlich alles an, was man anhaben kann. So gerade meine tolle Hände, dass ich gerade auszeichnen kann und nicht allzu viel an die Dinger verrühren. Ich bin auch recht gut organisiert. Ich habe hier eigentlich was im Bauchladen, wo ich Zugriff auf die Stifte habe. Ich kann hier eigentlich alles nehmen. Hier vorne sind Farbstifte, hier sind Filzstifte, je nachdem. Das ist ideal. Von Kurachowé aus operiert ein mobiles Team und ein so genannter fliegender Psychologe. Das ist der Arthem. Der Arthem ist selbstständig unterwegs und besucht etwa drei verschiedene Orte Patienten. Neben vielen älteren Leuten hat er auch viele Kinder als Patienten, die akuten Stress und Angstsymptome leiden. Auf dem Weg in die letzte Station, die wir besuchen wollten, sind wir auf einem gigantischen Feld, auf einem Feldweg in einer Schneeverwege stecken geblieben und haben trotz viermal vier umgekehrt. So ist mir auch die ganze Situation in Ostukainen vorgekommen. Irgendwie festgefahren, aber dort kann man nicht mehr umgekehrt. Für die Leute, die hier wohnen, eine Katastrophe.